Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Orange on Black und zwar einem eine Minute schlauer Video. Heute geht es um die Vollbildfunktion von Firefox und dem Internet Explorer. Wir fangen mit dem Internet Explorer an und unserer schönen Orange on Black Website. Der Vollbildmodus lässt sich hier über die Extras-Funktion und dann über Vollbild aktivieren. Und wir sehen, dass wir jetzt den gesamten Bildschirm mit der Website gefüllt haben. Das Ganze kann ich über F11 wieder rückgängig machen und auch wieder einstellen. Scrollen kann ich hier immer noch natürlich. Und ja, gehen wir über zum Mozilla Firefox Browser. Bei dem kann ich das natürlich auch über F11 regeln. Und hier sehen wir jetzt unseren YouTube-Kanal schön im Vollbild auf dem ganzen Bildschirm. Auf F11 kann ich es auch wieder zurückstellen. Oder das Ganze kann ich auch über Ansicht und dann Vollbild ein- bzw. ausstellen. Okay, soviel von diesem Video. Bewertet es, kommentiert es. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.